Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute reisen wir in meiner Reitergeschichte einige Jahre zurück und zwar einige viele Jahre. Mein Papa, der hat sich nämlich gerade die Mühe gemacht oder ist auch noch dabei, alle alten Videos, die wir irgendwo noch auf Kassette haben oder früher waren die Kameras ja sehr groß und da wurde auch noch auf so großen Kassetten aufgenommen. Er digitalisiert das nämlich gerade alles und da haben wir ein Video gefunden, da wusste ich noch nicht mal, dass es existiert und ich habe gedacht, das muss ich euch einmal zeigen. Und zwar hat das damit zu tun mit dieser wunderbaren blauen Schleife und zwar ist das von meinem aller allerersten Turnier. Das müsste im Jahre 1997 gewesen sein, das heißt da war ich elf Jahre alt und ihr könnt zurückrechnen, das heißt es ist tatsächlich 20 Jahre her, wo ich mein erstes Turnier geritten bin. Oh Gott, bin ich alt! Das war auf einem Schulpferd und zwar der Karl, da kann ich mich noch daran erinnern, weil Karl nämlich auch sehr groß war und ich damals noch, wie heute, sehr klein. Und ja, wie ihr seht, anhand der Farbe haben wir den vierten Platz gemacht in einem Reiterwettbewerb Schritt und Trab, also ohne Galopp. Die Note weiß ich natürlich leider nicht mehr. Aber auf jeden Fall habe ich gedacht, diesen Videofund muss ich euch mal ein bisschen zeigen und dann seht ihr auch mal, wie meine Reitkarriere eigentlich auf dem Turnier gestartet ist. Viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal sage ich an dieser Stelle schon mal. Ciao, meine Lieben! Ciao, meine Lieben! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020